Untertitelung des ZDF für funk, 2017 John Wilkes Booth, John H. Surratt und ihre Verbündeten angeklagt, die in einer verräterischen Verschwörung die Ermordung von Präsident Abraham Lincoln, Vizepräsident Andrew Johnson und Außenminister William Seward planten. Wie bekennen Sie sich? Ich bin unschuldig. Sie wissen sicher, dass heute der Prozess gegen die Verschwörer beginnt. Und was haben wir damit zu tun? Wir verteidigen eine von ihnen. Mary Surratt's Sohn war die rechte Hand des Haupttäters. Verstehen Sie, warum man sie anklagt? Bei einem Schuldspruch werden Sie gehängt. Ich bin Südstaatlerin und eine aufopferungsvolle Mutter, aber keine Attentäterin. Ihr Sohn konnte als einziger fliegen. Das sind verachtenswerte Menschen. Menschen, gegen die du einst in den Krieg gezogen bist. Irgendjemand muss zur Verantwortung gezogen werden. Das Volk will es so. Zivilisten vor ein Militärgericht zu stellen, ist eine Gräueltat. Was Mary Surratt getan hat, war eine Gräueltat. Um das Überleben der Nation zu gewährleisten, würde ich alles tun. Sie müssen uns sagen, wo Ihr Sohn ist. Auf wessen Seite stehen Sie? Ich versuche, Sie zu verteidigen. Sie versuchen, sich selbst zu retten. Wurden bei der Angeklagten Treffen abgehalten? Viele und stets heimlich. Sie lügen noch. Meine Mutter ist unschuldig. Ich kann nicht ignorieren, was da vor Gericht geschieht. Sie bestimmen die Regeln. Wählen die Richter aus. Ich verlange eine Verhandlung vor einem unabhängigen Gericht. Es reicht! Sagen Sie, John Surratt, wenn er sich nicht stellt, wird seine Mutter für seine Verbrechen bestraft. Lag ihm schon mal etwas mehr am Herzen als Sie selbst? Unsere Gründungsväter haben eine Verfassung aufgesetzt. Und zwar genau für Zeiten wie diese. Wer stimmt dafür? Lassen Sie nicht aus Rachsucht eine solche Ungerechtigkeit geschehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017